Ist das ein Matchup mit Mundo? Wie ist das Matchup mit Mundo gegen Darius? Das ist gut. Er kann mich nicht gehen, weil er nicht hucken kann. Na gut dann. Schön Mundo von Kaman aufzocken, finde ich geil. Er ist ein OTP, er wird es trotzdem irgendwie hinbekommen. Jetzt wird schon wieder gerudert hier. Ja. Und wir rudern. Oh, geht los. Ouzon hat eure ganze Toilette voll geschissen, Max. Da geht gar nichts mehr rein, meint er gerade. Jedes Klo voll. Die Tournament Realms El Jose für die Pro-Gamer. So, jetzt die Frage, ob sie den Amumu bannen oder nicht. Oh, jetzt wird die Flasche nicht vor die Kamera stellen. Ja, gehen wir doch mal im F zur Abwechslung. Mensch, was ganz Neues. Ja. Oh, Brücki wird gar nicht wissen, was er für ein Biest entfacht hat gestern. Oh, ja. Was spielt denn Brücki gegen Jhin? Jhin meinte er, glaube ich wollte er spielen. Wollte alles spielen, ne? Six, Jhin, Ash. Er ist Ziggler. Er ist Ziggler. Er ist Ziggler. Oh, das war geil. Er findet ja Leona immer besser als Ray. Ah, das hat er gerade gesagt und deswegen... Jetzt haben wir ja genau das Level-1-Szenario wieder. Nur nach vorne klicken. Ich spiel jetzt den Nautilus und wir gehen hinter die. Nautilus, Ivan ist auch crazy. Und ich glaube, ich würde gerne, also unabhängig von Level-1, den Nautilus noch mal probieren. Lass mal First-Game Leona gehen und danach... Ich glaube, der Nautilus könnte uns hier viel bringen. Was seht ihr hier? Ivan. Wir könnten... Leona geht auch, ne? Also gegen Six sind Tanks immer ganz geil. Aber wir hatten auch gestern festgestellt, dass Ivan gegen Six schon sehr crazy ist. Ja, zock den rein. Geilen Zock, sagst du? Ja, zock den einfach mal richtig gottlos rein da. Will ist so'n Zocker, geil. Klett ist gut mit Ivan, ja. Klett ist sogar Bonkers mit Ivan. Bonkers. Rewal spielt auch Klett. Ich hab keinen Bock gegen Mitte Klett zu spielen. Rewal spielt Klett? Dann hast du vor allen Dingen ja dein Garen. Stimmt. Dann machst du dem dann eine Gerechtigkeitsattacke auf. Ich könnte euch Mundo noch anbieten. Ich glaube, Mundo ist hier best. Aber gegen Darius? Holder wäre halt auch noch geil für uns, ne? Mitte. Ja, ich glaube auch, dass... Was ist mit dem Corkler? Boah, Mundo. Dann ist doch hier Aurelion einfach das Ding, oder nicht? Ich glaube, Mundo ist crazy. Ist Aurelion nicht einfach das Ding hier? Ja, wir müssen ja erst mal gucken, was da kommt, ne? So, was zocken wir uns jetzt hier auf? Das ist hier Mundo, glaube ich. Ja, das ist Mundo. Mundo, Aurelion, Mundo, auch geil. Waren wir dann nicht zu wenig AP? Nein. Wir haben Aurelion, Miona. Wir haben Aurelion. Dann den Doktor jetzt noch, oder was mit Aurelion? Ja, Doktor. Aurelion ist kacke, Darius. Und das Matchup mit Mundo? Wie ist Matchup mit Mundo gegen Darius? Das ist gut. Er kann mich nicht gehen, weil er nicht hucken kann. Na gut, dann. Schön Mundo von Klamon aufzocken, finde ich geil. Er ist ein OTP, er wird es trotzdem irgendwie hinbekommen, aber... Jetzt wird schon wieder gerudert hier. Ja. Und wir rudern. Okay, also Geist, Level 1, Hotlane wird einiges passieren. Das Ding ist mit Aurelion. Mehr verrate ich euch nicht. Warte mal kurz, ich brauche mal wieder einen Einwand. Aber hier passiert ja nur einiges, wenn Luis in Vision abmautet. Ich werde eh Q starten. Er flasht den Bastard mal ins Gesicht. Das stimmt, wir können einmal Q starten. Aber Short Trades gewinne ich. Also Six ist ja Short Trades auch nicht bad, wenn er Q ist, ne? Aber wenn er Q auf Kulon hat, können wir dann reinfetzen. Aber ich würde sagen, wir spielen für Wave und gucken für Short Trades. Wir müssen kurz noch mal einen Einwand-Guide angucken. Das ist immer gut. Soll da Worte für Pius? Ich habe da keine Worte mehr zu. Wenn ich gegen die, ich glaube, das Game ist gewonnen. Wenn Darius nicht Giga gefeatet wird. Okay. Dann gut lag da oben. Aber das heißt, wir können den einfach, wenn er Low Mana ist, können wir die einfach reindrücken und unter den Tower stacken. Das ist für Six terrible, wenn er keinen Recall kriegt. Später. Okay, Leute. Haltet die Lanes. Passt auf Darius Level 1 auf. Okay, gut. Zock, Leute. Okay. Full Focus, Leute. Denkt an die Learnings von gestern. Wenn der Q macht, dann gehe ich mit E rauf, ne? Auf Hitler würde ich auch so einem Cheese-Gang zu trauen, ne? Die Board kriegen wir nicht. Sonst sind wir nicht Level 3 in Teil. Ja, Mundo kann jetzt bei dir reifen, Phil. Darius, ja. Wegen Darius. Stark. Ja, okay. Und schön, dass die Emote benutzt. Das war wegen Fastball automatisch. Ja, ja, klar. Der W raus. Ja, aber wir müssen jetzt mal Chin. Wird aber, glaube ich, nicht so machen, wenn Wukong around ist. Ich laufe aus Base. 3 gegen 3 gewinnen wir ja. Aber ihr könnt an sich jetzt gleich fighten. Relativ gewardet gerade. Wird das gleich mal dewarden gehen, einfach verdruckt. Krabbe habe ich. Wukong top, Wukong top, Wukong top. Ja. Okay, Botzer, also der Fiddler hat Botzer gestartet. Aber die kennen hier vielleicht? Der ist jetzt resetet und kommt Bot aus Base. Das ist halt Dirk, also 3 gegen 3 wird hart hier unten. Ja. Meinst du, wir können das spielen gegen Dirkens Bukong? Ihr seid schon stärker, ne? Aber er ist halt auch hier, ne? Guck mal hier auf Six. Oh ja, engaging, ja, ist schwierig. Jetzt sind da her, jetzt sind da her. Was raus? Also Cash, muss leider flashen. Also Six ist jetzt um, also Six ist... Ich glaube, ich hätte gar nicht flashen müssen. Six lane ist jetzt Fakt. Ja, ich habe euren Rücken jetzt gerade nicht mehr. Ich gehe top seit hier. Das ist schwierig jetzt für uns. Okay, nochmal nach E, ne? Ja. Ja, wenn Dirk nicht mehr move, dann ist er auf Curbs. Ja, ja. Wir haben hier gerade die Pflanze gemacht, da sind noch nicht drauf. Ja, das war Cassio vielleicht. Ja, take ja in Cassio reinmoveen. Wir haben zwei Minion-Sticks hier, dann ist der Fight an. Ja, ja. Hier, die haben Hackstack-Break, Leute. Der zieht, der zieht. Cassio kein Flash, Cassio kein Flash. Ich zocke hier einfach mal ein bisschen. Ja, ja, ja. Ist fein. Dann nochmal, ich habe Q. Kong ist low, Kong ist low. Ich bin nicht connected, guys. Nicht zu deep. Bisschen deep. Das ist so deep. Okay, passt. Aber eins zu eins ist gut. Hast du gerade keine Ult up, Pius? Ich hatte keinen Ult up, ne. Okay, sorry. Dann habe ich das... Ich habe ganz alleine mit dir gerechnet. Ich habe deinen Rücken, ich habe deinen Rücken. Ich cover dich, wir gewinnen das. Nice. Das ist huge, guys. Ich habe wieder ein Schild. Oho! Gute Arbeit. Wir haben das Game jetzt voll in der Tasche, Leute. Lasst uns das jetzt clean runterspielen. Ich habe jetzt Zeit für Mitte, Pius. Ganz viel. Hey, guys, ich bin jetzt geisteskrank fett. Jeder Fight mit mir ist out to win. Nein, lass uns einfach nur darüber solar. Ich habe aber keinen Flash. Okay, huge. Also, ich brauche Ult, um mit dem Fight stark zu sein, weil ich keinen Flash habe. Der Wukong geht direkt Bordzeit. Ich gehe auch Bordzeit. Ich habe Redemption schon ready. Oh, ist das close. Ja, ich mache ihn mal rein. Wukong könnte kommen. Hinter den sein. Lauf ganz rein. Ja, Wukong ist da. Spiel wir trotzdem, oder? Müssen wir auf Solar aufpassen. Halt ein Stun noch. Nice. Hast du keine Ultimate? Boah, ich würde Wave pushen und Recoil hier, oder? Also, ich würde... Ja, wir müssen auch Solar hören. Solar ist der Carry, ne? Ich habe BT. Ja, aber den kriegst du auch danach, ne? Wir pushen danach noch eine Wave zusammen und dann... Ich würde hier recallen. Ich würde hier nichts mehr pushen. Okay, dann gehe ich Mitte. Ich habe Ult appears. Aber mit MF geht das sogar, glaube ich, wegen dem Moment Speed. Ja, wenn die eh nicht pushen, ist es fein. Ich will nur meinen Spike haben. Wollen wir mit den Shunk, die Ult gleich? Ah ne, nichts. Wukong ist jetzt aus Base topside. Wollen wir top stoppen? Können wir top stoppen? Können wir top stoppen? Oh, ja, ja, ja. Können wir, können wir, können wir, können wir. Darius kein Ghost, hat aber Flash, ne? Und er ist richtig strong mit seinem Alpha. Es ist nur wichtig, dass ich euch auf der Lane habe, damit er mich nicht killen kann. Geh, dann topf ich ne Wave und komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Hast du hier? Well, no Flash, no ult. Sind dran? Ja, lass rein müssen jetzt. Hast du kein Ultimate? Ziggs kann auch rotieren. Ja, wir sind fein. Sind wir noch hier drin? Ja. Ja, ich move. Wir haben Redemption für euch. Dann lösen wir den Zock da wieder auf oder aus der Plan? Ja, ich würde schon noch Zock euch nehmen hier. Ja, topf ich. Wenn ihr durchflatten könnt, dann... Ja, ich brauche halt nur, ich brauche halt nur Leonhard da. Ja, ich bin da. Ah, ne, nehm ich raus. Oh, ist schon in Position, aber ich bin Teil. Wir sind jetzt so stark unten, ich würde jetzt immer mit Backup einfach voll aggro spielen wollen. Ja, ja, ja. Ich hab Six nochmal gecancelt, ihr könnt jetzt durchpushen. Okay, da gehe ich vielleicht sogar. Kannst du einen Clamp skippen und Bot kommen direkt? Ja, ich komm, ich lauf durch. Wo kommst du schon hier unten? Wir können hier auch voll rein. Ich komm auch rein. Jetzt spiel für Tower, ich spiel für Tower, ich spiel für Tower. Ich spiel für Tower. Ich fuck dir ein bisschen ab. Ist das nicht gut hier? Hier kommt gleich Six. Ist noch ein Shield? Gleich, gleich, gleich. Oh, nicht mehr. Ist kein Player hier, wir müssen noch mit Solar spielen. Sollt ihr jetzt einfach immer Tempo nehmen und die immer tot swappen? Ja. Wir liegst hoch oder Mitte? Ich würde jetzt gerne echt auf Coolout irgendwie für noch Catches gucken mit meiner Ult. Schade. Wir haben Harry in 10, ne? Das ist das Playing. Nix, 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 nix. Ich habe einen Rücken hier. Genau, dann hitten wir jetzt gemeinsam Harry. Und dann gehen wir wieder Mitte und dann spielen wir Drake danach. Kann sein, dass die Bot dive und dann gehen wir Mitte durch, ne? Was ist das trotzdem für Mitte spielen hier auf Drake, oder? Ja, ich muss Harry einsammeln und dann setzen. Ich habe 15 Ult. Geh rein da hoch. Geh fight, 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 fight. Der darf nicht absteppen. Clans raus. Ich habe einen Knock hat nochmal hier. Das läuft zu deep. Ich bin jetzt hinter uns gekommen. Okay, no Clans of Six. Ich habe einen 70 wieder Ult, dann können wir den Catchen. Wir brauchen Leona einfach da die Humming. Ich zieh durch, ne? Ja. Bukong Topside. Okay, läuft doch sehr gut, right? Ja, sehr gut. Also der Six hat jetzt keine Clans gerade. Pass auf. Lass mal MF Toplane gehen und ich gehe Mitte. Come on bot. Ich würde halt den Six gleich Clanschen ohne Clans gerade, ne? Lass uns für Objectives spielen und nicht für Kills. Ich weiß nicht, ob wir den Darius gekillt sind, ehrlich gesagt. Wir spielen einfach für den Turret. Wir haben keine Wave, aber. Wann hast du Item? Nach der Welt. Ja, weil dann sollten wir reseten. Ich habe auch noch Item. Zum Bündow für Mitte. Ich bin, ich bin huge jetzt auch. Und der Wukong ist Paper, ne? Also der ist instant tot. Ich renne gleich mal. Der bleibt im Turm. Die werden hinter ihm stehen. Wir sollten nicht diven. Wir sollten aber Turm hinten. Aber Turm hinten. Der weiter im Fog. Turm, 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 Turm. Aber Turm. Das ist ein schönes Ding. Wir laufen Mitte durch. Der kriegt den nicht gesprengt. Ich flash auf den drauf. Flash, ja. Okay, geht raus. Willst du noch weiter stayen, oder? Ich hab noch, ja. Ich hab noch nix zum Basen. Ich hab noch nix zum Basen. Ich hab nix zum Basen. Kannst Basen, aber ich hab nix zum Basen gerade. Okay, ich klär die und dann geh ich Basen, okay? Ja. Und ich glaub wir spielen einfach wieder. Ich bleib Mitte und ihr geht wieder Top. Dann kriegen wir Top-Deep-Push. Wir holen Top-Deep-Vision und dann können wir Top-Land aufbauen. Ich bin nicht bei euch grad noch, ne? Ihr müsst noch aufpassen. Gib uns mal so zeitlich, technisch. Warte noch. Wir wissen, dass wir hochrotieren. Wir pushen die aus und danach resetten wir für Drake, okay? Jetzt ist grad hier Lava eigentlich. Lass uns ins Becken. Okay, okay, okay. Weg, 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 weg. Kann ich hier in TP'n? Nee, nee, es ist schon wieder... Es ist nicht gut, es geht nicht gut. Raus, 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 raus. Wir müssen, wenn wir niemand auf der Map sind, dürfen wir nicht so weit nach vorne statten. Weil wir direkt... Ja, ne. Also, TP auch. Kann ich bisschen... Einfach slow, einfach slow, einfach slow. Ist noch Flash. Ja, ist sehr gut, ist sehr gut. Abbrechen ist das Target. Ja. Okay, nice. Wir haben Tempo für Drake. Wir haben Tempo für Drake. Wir gehen auf Space für Drake. Wir gehen auf Space für Drake. Sehr gut. Lass uns wirklich konsequenter gucken. Wenn wir niemand auf der Map sehen, dann können wir nicht so weit nach vorne statten. Wir gehen wieder Richtung Nash. Ich hab 10 Sekunden wieder Ult. Ich hab auch gleich wieder Ult. Die fangen an, die fangen an, die fangen an. Ja, das ist ja egal. Das ist nicht gut. Was für ein Fight spielen? Ich geh hier. Ich geh hier lang. L hat Flash, ne? Die könnte schon im Flank sein, wenn ich aufpassen. Wir wissen, dass ich hier bin. Ich geh da jetzt drauf. Linker. Guck mal, guck mal, guck mal. Wir spielen das hier. Wir spielen das hier. Wir haben Klasse. Ja, wir spielen rechts. Wir haben einen Kill. Ja, Mitte, 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 Mitte. Ja, gut, Leute. Wir können die hier noch wegsaugen. Ja, ja, ja. Aber nicht zu lieb. Der Busch ist Lava. Ah, Mitteway vorbeinnehmen, geils. Nicht in den Zug. Einfach hier, nicht weiter, einfach weghalten. Passt. Sehr gut, Leute. Wir gehen einfach mitway. Jetzt können wir in den Busch rein. Wir können den Tower nehmen. Mitte Tower, Mitte Tower, Mitte Tower. Ja, 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 ja. Das war richtig nice, ja. Jetzt? Wer hat welchen Job? Ich guck hier oben. Warte mal, was haben die? Die Bukum ist tot. Die haben keinen Jungler ready. Mach einmal Redemption rein. Ja, wir ziehen durch einfach, oder? Lecker, aber nicht so deep rein. Ja, du brauchst da gar nicht rein. Du brauchst da gar nicht rein. Ja, alles Geld. Ja. Darius, Darius. Okay, jetzt Darius. Nice. Nice, good job. Also, wir haben jetzt keine Flashes auf dem F-Small dann. Also, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Aber ich... Darius auch nicht. Ich geh Mitte, ihr geht Bot. Hier ist auch Giga online jetzt mit Stacks. Ja, ja. Nächste Wave aus Base ist unsere Wave, guys. Fast, ja. Okay. Fans, wir gehen Bot, Leute. Schon alle Bot. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ja, ich hab den Rücken, ich hab den Rücken. Noch Kassio noch. Keine Holt. Weiter, keep, 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 keep. Ich komm da nochmal ran. Nein, Moment. Ich hab noch Schilde für euch, ich hab noch Schilde für euch. Wave, ich nehm Wave. Nimm du die Wave. Pass auf Mitte auf, Darius. Die könnten jetzt nicht polypsen. Schön durch hier jetzt. Ich hab immer noch ein Redemption, die können nicht fighten, Leute. Nix, no Cleanse. Nix, no Cleanse. Da ist das Recall, ne? Die sind gleich fünf. Der war Turm, wir haben noch drei Sekunden auf Wook. Aber Wook hat noch keine Ult, Leute. Ja, und Rel noch Flash. Einfach weiter so. Die können das nicht deffen. Wir müssen nicht committen. Die gucken jetzt. Die geht. Zurück, zurück, zurück erstmal. Ja. Aufs Rail. Und end. Und bei Kassio hier noch. Ahhhh. Oh Darius. In 1 AP. Okay. Er hat seinen... Können wir noch spielen. Können wir alles spielen. Ja. Sehr schöner Zock, Leute. Oh, good job. Ich hab's trotzdem. Schade. Nice, Freunde. Einen doofen Fehler top gemacht, der Rest war ganz okay. Super gut. Ja, bist du auf dem Plate top. Aber ich muss sagen, da hat mich... Also du hast gecallt, dass ich die Wave pushen soll, Anja. Und ich hab dann einfach komplett AFK die Wave gehittet. Also ich glaube, du solltest mir nicht callen, welche Wave ich pushen soll. Wann hab ich das gecallt? Bro, ich hab nicht gecallt. Kamer hat nur gesagt, wir müssen nur die Wave pushen. Ja, aber nicht, dass du... Also ich glaube, es ging einfach, dass das objective ist, die Wave zu pushen, und nicht, dass du sie jetzt pushen sollst. Ja, ja. Aber das hab ich als... Ich hab einfach AFK die Wave gehittet dadurch verstanden. Ich sag nicht, dass dein Call schlecht war. Ich würde dir nur sagen, warum das passiert ist. Ich will... Vielen Dank.